Herzlich Willkommen zu unserem Quiz. Heute ist es etwas speziell. Es geht um die Geschwindigkeit. Es geht um drei, der zuerst drei Punkte hat. Bevor wir anfangen zu spielen, der Verlierer macht eine Challenge und uns über das Wunder nehmen, was eure Challenge ist. Schwierig, schwierig. Wir springen einfach in den Pool. Also komm mal, dann machen wir es noch länger. Wir schwimmen noch länger dazu, ist gut. Also machen wir es. Wir starten mit der ersten Frage bzw. Aussage zu einem Spieler. Darf man da vorne kommen? Darf man da vorne gehen oder muss man da hinten liegen? Ihr dürft ihn vorne gehen, kein Problem. Ich bin Köp-Sieger in meinem Heimatland. Das ist alles. Sehr sicher. Gut, weiter. Ich habe gleich viele Super-League-Gol gemacht wie meine Trikot-Nummern. Ich bin in meinem Heimatland. Ich muss das von diesen nochmals machen. Ich gebe uns noch einmal einen. Ich habe eine Playstation, spiele aber schlecht. Ich kann dich nicht. Ich kann dich nicht. Ich kann dich nicht. Scheisse. Aber er hat geblieben. Ich gebe uns noch einmal einen. Ich fahre im Sommer mit einem Motorroller. Lukas Götl? Leider nein. Der hat mehr Goal als seine Trikot-Nummer. Der Super-League. In diesem Fall wäre das der erste Punkt für Julian. Es wäre Fabian Schubert gewesen. Wir gehen weiter im Spiel. Jetzt gehen wir zu den Face-Swaps. Dann starten wir in drei, zwei, eins, go! Ja. 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 Nein! Ja! Das ist der Ausgewicht. Eins, zwei, eins. Genau, richtig. Dann machen wir weiter mit einer Frage über den Spieler. Ich habe mein erstes Spiel für den FCSG in der jetzt laufenden Saison absolviert. Jetzt gehen wir weiter. Ich wohne im gleichen Wohnblock wie eine andere FCSG. Randy Schneider. Ja, das hätte auch andere sein. Er muss mit Michael, oder? Ja, das hätte auch andere sein. Ja, aber das ist gerade so. Das ist gerade so. Das ist gerade so. Das hätte auch der Ding sein können. Der Stefano, oder? In der Akademie. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, aber ich weiß nicht. Er hat Glück gehabt. Was ist ein Glück? Das ist ein Glück. Dann steht es 2-2 für Julian. Das ist schon der erste Matchball. Das ist ja gut. Wir kommen jetzt wieder zu den Face-Swaps. Also, Leonidas, du bist schon der Zugzwang, oder? Ja, ja. 7, also machen wir 3, 2, 1, go! Kräuchy und Vakowiak. Ja. Oh mein Gott, das ist auch ausgefallen. Wie geil ist das von dir? Geh mal das ab. Oh mein Gott. Der Kräuchy mit Bart. Jetzt echt ein Push-Fried, oder? Das ist geil. Du schwimmst ja lange. Ja, an diesem Fall. Wir haben Julian zum Sein. Ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich auf den Pool mit dir. Das ist gut. Kein Problem für mich. Morgen zusammen, es ist 8 Uhr morgens. Leo, wo gehen wir hin? Zum Pool? Sehr gut. Wir müssen jetzt die Challenge sein, die Leo vorhanden hat. Es ist schön kalt. Leo, bist du bereit? Ja, sehr gut. Sehr gut. Also, Wetschulden sind Ehrenschulden. Richtig so, Leo. So geil, Mann. Mach das jetzt jeden Morgen. So, die Wetschulden sind eingelöst. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. So. So.